Und dann wirst du schon beim ersten Mal merken, wow, da geht ein innerer, frischer, vitaler Wind durch all deine Zellen. Unsere innere Kläranlage ist absolut genial. Sie wirkt genau dann am besten, wenn innere Blockaden oder belastende Gedanken da sind. Einfache Technik, grosse Wirkung. Wenn unser Gedankenkarussell in Aktion ist und wir haben das Gefühl, das Ganze dehnt sich aus, es wird immer grösser, es wird immer massiver. Und wie können wir das wieder loswerden? Dann versuchen wir oft über ein Gespräch diese Dinge wieder loszuwerden. Und in sehr vielen Fällen passiert es, dass unser Gegenüber noch seine eigenen Geschichten dazu wirft und sagt, stell dir vor, was mir passiert ist. Das ist absolut furchtbar, das ist Wahnsinn. Was passiert? Alles, was Energie und Aufmerksamkeit bekommt, wächst, wird grösser, dehnt sich aus. Und das ist genau das, was wir ja nicht wollen. Wir wollen es ja loswerden. Und da hilft uns diese einfache Technik mit grosser Wirkung. Wir nehmen uns was zum Schreiben und schreiben alles auf. Wir lassen unserem Gedankenfluss freien Lauf. Wir schreiben, wir schreiben, wir schreiben. Komplett unstrukturiert. Wir schreiben einfach drauf los. Alles, was kommt. Und dann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist alles draußen, dann warten wir noch einen Moment. Denn meistens kommt eine gedankliche Nachgeburt. Und dann fangen wir wieder an zu schreiben. Wir schreiben, schreiben, schreiben. Bis wir wirklich das Gefühl haben, jetzt, jetzt ist alles da. Und dann am nächsten Tag nehmen wir diese Blätter, nehmen ein Streichholz oder ein Feuerzeug und zünden alle Blätter an. Oder wir zerreißen sie in kleine Stücke. Und während diesem Vorgang können wir uns innerlich von diesem Thema lösen. Wir können sagen, ich lasse dich jetzt los. Ich lasse dich jetzt gehen. Es ist jetzt okay. Es ist jetzt durch. Es ist erledigt. Es ist vorbei. Ich lasse dich einfach los. Und dann wirst du schon beim ersten Mal merken, wow, da geht ein innerer, frischer, vitaler Wind durch all deine Zellen. Und wenn du das Gefühl hast, mach diese Übung am nächsten Tag oder am übernächsten Tag nochmal oder nochmal. Und du wirst merken, du wirst immer freier, immer leichter. Dann atme tief durch, dreimal. Und spüre diese innere Freiheit, diese innere Klarheit, diese innere Kläranlage hat wunderbar funktioniert. Und dann bedanke dich bei deiner inneren Kläranlage. Denn sie war in Aktion und sie hat dir geholfen, all diesen Gedankenmüll loszuwerden. Und genau das wünsche ich dir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Fiati! Ich freue mich schon drauf.